Musik Bei dieser Station geht es darum, zu zeigen, wie ein Landwirt sachgerecht an einem Graben Pflanzenschutzmittel ausbrechen kann. Denn entscheidend ist bei uns in Niedersachsen, wie auch in vielen anderen Bundesländern, dass ein Meter Mindestabstand eingehalten wird. Das bedeutet, Böschungsoberkante, also da, wo die Schräge der Böschung gerade übergeht, dass dann plus ein Meter entsprechend nicht behandelt werden kann. Das kann man entweder so regeln, dass man also nicht an den Graben heranerkannt, sondern einen Meter von abbleibt oder auf der anderen Seite Düsen schließt. Das heißt also, zwei Düsen müssen mindestens geschlossen werden und die dritte muss dann entsprechend mit einer asymmetrisch abspritzenden Randdüse ausgerüstet werden. Es gibt auch elektronische Einrichtungen, die also den Landwirt in die Situation versetzen, vom Schlepper aus entsprechend die Düsen zu schalten. Das heißt, da an der dritten Position, also im Inneren des Gestänges, wird ein Ventil mitgeschlossen, aber ein zweites automatisch geöffnet, wo dann entsprechend die Randdüse drin ist. Und so hat der Landwirt dann, ohne anzuhalten, die Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel am Graben auszubringen. Wir haben ja quasi einen künstlichen Graben demonstriert. Das heißt, wir sehen hier die roten Stangen entlang der Böschung, die die Böschungsoberkante dokumentieren. Die gelben Stangen entsprechend zeigen den Bereich des 1 Meter Abstandes, den wir also nicht behandeln dürfen. Dieser Bereich bleibt also frei von Pflanzenschutzmittel. Daneben wird entsprechend, so wie es in der Gebrauchsanleitung steht, dann mit der Technik gearbeitet. Das kann bedeuten, dass die Düse gewechselt werden muss, dass entsprechend der Druck und die Fahrgeschwindigkeit reduziert werden, um letztendlich abdriftsicher dann die ersten 20 Meter am Graben zu behandeln. Das war's für heute.